Wir machen jetzt das F und zwar wird es ein Feuerwerk. Das F kommt erstmal weg, dann habe ich mir kleinige Farben rausgesucht, machen dann immer jeweils einen Punkt und dann von diesem Punkt halt streifen die halt nach unten zu gehen und halt hier von oben halt dann halt nach oben, aber auch nach oben. Logik ist da, aber es funktioniert. Das gleiche mache ich einfach mit allen Farben. Das habe ich jetzt in ein paar Farben gemacht und jetzt muss ich den ganzen Hintergrund schwarz machen. Oh, ich habe vergessen. Gut, die Farben mit einem Weiß ein bisschen nachfahren. Sonst sieht das ein bisschen besser aus. Und jetzt muss ich wieder alles nachfahren. Äh, was soll ich sagen? Ich hoffe, man kann da mit Bleistiften drüber malen. Oder halt mit Bonnstiften. Ob man da drüber malen kann? Nein. Also man sieht es jetzt halt minimal. Letztendlich hat es jetzt ein bisschen geklappt, aber schreibt mir in die Kommentare, was ich bei G machen soll. Und ich habe jetzt auch Instagram, also folgt mir da gerne. Link in der Bio.